Warte dann, frag mal Franz. Impala? Ich geh noch mal was vor... Oh, keine Ahnung. Da sind ja regäle Lagerhallen daneben. Zur Abwechslung müsste man mal nicht über die halbe Map fahren, um zu bluten. Ja, weil Zone E Los Leones ist, oder? Das kommt doch nichts zu, ja. Dann fall schon mal auf, wie wir? Ja. Ich hoffe, dass hier unten bei der Halle noch ein Auto steht. Da steht ein Cabrio, hier unten. Daniel? Oh. Hier unten direkt vor mir. Ah ja, da. Lukas, kommst du bis hin mit dem Fäschung? Ja, ja, ich schaff das. Dann hole ich Daniel ab. Oh, wenn wir noch ein Buggy. Oh, wenn wir von dem Auto mal richtig laden würden. Ach, und noch ein Buggy. Na dann fährst du selber, oder? Ja. Ja. Ach komm. Aber ja, Stil. Jack. Mhm. Und Lofi? Ja, mir auch. Da steht ja noch ein Jeep. Ich sag ja, Zone ist nicht weit weg. Willst du hier unten anfangen, oder? Ja. Kann ich mal. Okay, dann. Mach ich mal ein Stück weiter rein. Das Ding laut, ey. Ich sag die Winchester. Ja, die ist gut. Hab ich mal gern mitgemacht. Ich hab gern mal gern mitgemacht. Ich hab gern mal gern mitgemacht. Ich hab망 major mitgemacht wegen Ähm... Ah, ab jetzt. Mannerscher. Ich hab character. Khad Freitag. Und Lukas? Schon mal Scales gefunden? 1er Rucksack. Und 30 Schuss. Und 30 Schuss. Hm. Zart, ganz hell. Ah, die gute Ressinger, Moni. Aber die Lager ist bestimmt richtig scheiße. Das ist doch gegen meine Lagerhallen. Ja, das ist ja scheiß Lagerhallen hier. M16. Uggggh. Entschuldigung. oder nur ACP-Waffen Winchester, die Vector und diesen einkumigen Revolver läuft bei dir, würde ich sagen ah Daniel, läuft bei dir Vector, würde ich um ähm ja, wenn du, wenn ich jetzt noch eine andere Zweitwaffe finde, dann kann ich dir auch eine weiteres Magazin dafür geben sonst nicht? aber das wäre ja, weil sonst würde ich meinen Thomsen gerne mit 50 Schuss behalten Hauptsache, du bist glücklich ich sag doch die Lage alles scheiße interessieren mich Daniel zu holen warte noch nicht mehr in der Lagerhalle ich muss ja jetzt in die Leiter noch, die Treppen runden auf mich verlaufen jetzt hier runter ich geh jetzt in die nächste Lagerhalle, um da wieder enttäuscht zu werden M4 meine Lagerhallen sind High Loot, alle, egal nein, die Lagerhallen sind scheiße ich hab noch zwei Zweier-Visiere geben könnte ich hab ein Dreier-Visiere, glaub ich äh, ja, eins würde ich nehmen, ich hab bisher noch kein Visier also ich kann kein Visier abgeben da muss ich das erinnern hier liegt noch eine Zweier-Viste bei mir äh, gut ich bin hier grad mühser mit einzelnen Fünferpicks hier in der Lagerhalle ich kann dir jetzt mein Magazin geben Daniel, ich hab noch ein zweites oder ein normales erweitertes gefunden kann ich ja, würde ich auch nehmen na ja, machen wir dann gleich willst du mir die Zweier-Viste schon mal markieren uh, wo war ich denn grade drinnen? das muss das Haus hier gegenüber gewesen sein irgendwo da blau, ja? ja, ich glaube unten oder ist das so ein flaches Gebäude? ja, kann sein, nein, das ist doch ein Magazin also ja, gut, dann hab ich das übersehen also, ja, dann um das gleich da müsste auch die Weste gewesen sein ja die hab ich falls noch jemand bis hier hinten laufen will, hier sind zwei Zweier-Helme ich hab zwei hin okay ja ja Lukas hat vermutlich ein Dreier-Helm ne ja, das war auch wehend was also, die gibt's ja nicht mehr im freien Umlauf auf der Map nicht mehr, oder was? brauchst du ein Care Package spielen ich ja 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 brauchst du noch fünf Ammonie, Lukas? noch im Hinterhof zwei Pakete ich hab noch ich hab noch zwei Pakete ich hab zwei Pakete im Rucksack kann ich dir dann geben ja, das wär gut das brauche ich nicht euer Beste oh oh, hier liegt noch ein N16 da nehm ich dir anstatt Thomsen da nehm ich die anstatt da hat mich ein Geld oh, hier lag noch eine Ska Stefan wenn du die haben möchtest lieber statt nö ich bin die im 16 du bist in die im 16 ich kann ja trotzdem ein bisschen Monie abgeben Lukas ich hab genug sieh, genug brauchst du Brauchst du eine ACP-Money, Daniel? Ich kann eh nicht mehr viel mitnehmen, nee. Ich bauch. Na gut, ich stehe zum Schluss. Ich kann auch gleich Lukas holen. Ich bin bereit. Ey, du kannst das Auto in der unteren Lagerhalle, hier warst du schon oder was? In der hier vorne, wo ich jetzt bin. In der Höhe. Ich? Oder warst du nur da ganz hinten? Naja, meine ich ja hier, die erste, wo ich jetzt hinlaufe. Ja, dann kann ich dich abholen, Lukas. Ja, wäre nett. Dann fahre ich hier mit dem Auto auch schon mal. Hallo. Ich werde umdrehen, weil hier ist ein bisschen schwierig durchzufahren. Hier noch hier nach, äh, die Richtung, bei dem Grader. Absach Lagerhalle, ne? Ja. Wie? Aber ja, guck mal machen. Okay, Stunt hier hinlegen. Okay, so geht war der nicht. Ist egal wie meine Mutter hat Stunt-Skills, ey. Ne. Ne, war nicht schon richtig edel, ey. Wow. Wow. Hey, ab in den Westen, dem Stefan hinterher, ey, um was geht? Stefan macht hier gerade den Mauerflüchtling, der flüchtet von Ost nach West. Ach, da ist dann noch so ein kleiner Stein da im Leben. Oh Leute, ich kann euch nicht heilen, ja. Geil, mit Passiv wäre ich gestorben, alles gut, bei Daniel fühle ich mich, müsste ich ja. Wird mir nicht passieren, normalerweise. So, dann hoffe ich mal, dass jetzt hier keiner ist, weil ihr lädt ja noch ein Stückchen weg. Ja, und wenn, dann tötest du die halt doch. Entschuldigung. Hey, hier liegt der P-18C, hier war noch keiner. Kohlenscheidämter, hier war noch keiner. Ein bisschen Angst, dass jetzt hier gleich was kommt und mich tötet. Oh, gut, ihr seid da. Oh, hier sieht es aber schon ziemlich leer aus gerade. Bin doch freudig einfach für meine Schatzschutz. Ich weiß, dass es schnell zugeführt wird. Warum ist es von euch Griffe? Nö. Ich habe hier, ich habe jetzt mal ein paar Griffe hingelegt. Ich finde schon, dass es jetzt ziemlich gelutet aussieht. Ja, die Türen sind doch alle offen. Hier ist bestimmt einer. Alles cool, gecleant. Machen wir das Bombardement ab und dann laufen wir einfach rüber in die Zone, oder? Ja. Hören wir einfach alle, die hier zu der Lagerhalle gegangen sind. Oh, K mit 8-fach Visieren. Ja. What the fuck? Ja, Daniel, kannst du mir noch das 2 ergeben? Ja. Ja, wir laufen, oder? Ja, ich laufe. Dann noch eins, Stefan. Das ist bei der Video. Ne, ne, ich brauche keins, danke. Das ist auf die Vector. Oh, unten vor uns läuft was auf 260. Von den Häusern aus, sich da unten sehe. Warte, in den Laufen sie denn dann raus? Ja, ich sehe noch. Ohne auf dem Bergwahrt ist, glaube ich, ein zweiter, Stefan. Ja. Ja. Ah, da oben laufen zwei er, ja. Und unten läuft das ein Dreier, unten läuft das Router jetzt hoch. Ja, hinterher, die gehen ja wohl zur nächsten Lagerhalle, dann töten wir die da und dann luten wir die. Ja, da fallen wir den in den Rücken, genau. Ob man nur, dass jetzt hier nicht noch ein Vierter ist, der jetzt hier irgendwo, aus welchem Gründen auch immer chillt, nimmt es jetzt in den Rücken. Da kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind ja bloß zu dritt. Eine geht ins Deckung. Daniel, brauchst du nur noch ACP-Monie. Nein, sonst hol ich die jetzt weg. Ne, brauche ich nicht. War da nicht jemand ein erweitertes Magazin für eine Snipe? Ein Stromgewehr, wo ich hier hinführe? Nein, da kann ich leider nicht mit ihm. Die sind doch hier links hochgerannt. Die sind doch jetzt bestimmt zur Lagerhalle, oder? Ich finde es jetzt auch vermutlich, dass es bestimmt zur Lagerhalle ist, ja. Da hinten fährt ein Auto, vielleicht sind die auch mit dem Auto weg. Kannst du mich aber wundern, oder? Na gut, wenn hier nichts war, dann sind die wahrscheinlich wirklich weiter. Schauen wir mal, wie hier nichts ist. Da fährt noch ein Motorrad hinterher. Da fährt noch zwei Autos. Oh, der hat einen Geldstand gemacht. Da haben drei Autos. Alter, wie viele sind das? Wir haben die zusammen. Noch ein Auto. Da kommt noch Motorrad. Das kann nicht sein. Das sind jetzt mehr als vier Autos. Sechs Autos habe ich da fahren sehen. Geht nicht. Der linke kommt den Berg nicht hoch. Daher kommt hoch. Borat. Ist auch abgestiegen. Also, die liegen drei oben an der Kante. Siehst du die? Ich möchte kurz zuerst die Lagerhalle mal clean. Einer liegt... Die waren hier nichts. Hier liegt noch ein Energy. Und ein Schmerz. Ja. Schau mal. Ich brauche nämlich noch ein bisschen heil zurück. Achso. Wenn dann alles wieder fallen. Also... Also, ne. Wenn man einen Koffer... Den Koffer bräuchte ich eher. Achso. Jetzt habe ich die fallen lassen. Ach, hier liegt ein Koffer. Hier liegt ein Koffer. Ne, kannst du dann. Nimm den wieder. Nimm den wieder. Gut. Hat Pfanne. Sehr gut. Manchmal liegt hier im Stroh noch ein Schalldampf. Mal gucken. Zumindest liegen hier noch ein Haufen Handgranaten rum. Ansonsten würde ich sagen, wir bewegen uns genau den jetzt in den Rücken. Oder? Könnte ich einen oder zwei gebrochen? Was kannst du gebrochen? Hier liegt noch eine Mini. Standard nicht. Ich habe gar... Was ist denn? Ja, ich kann dir dein Netzweh hinlegen. Bei mir. Wo ich sitze noch. Ich bin richtig angelegt. In einem Traktor. Oh, danke. Ja, wir müssen da hin, wo die Typen hier sind. Oh, ganz schönes Stück. Ja, direkt loslaufen. Ich gucke hier noch schnell durchs Haus. Ich gucke hier noch schnell durchs Haus. Ich gucke hier noch schnell durchs Haus einmal. Ah, hier ist der Patronenbrot. Hat ihr mal von euch eine M4? Ja. Ja. Taktisches Lager. Beck, du hast doch eine... Brauchst du ein taktisches Lager, Daniel? Also den Schaft. Aber für die M4 noch. Ja. Ja. Gebe ich dir. Danke. Lukas, brauchst du noch 5er, Muni? Ja, 5er habe ich genug. Ich bräuchte ja 7er. Gut. Der 7er habe ich nur auf 15 Schuss. Dann müssen wir jetzt den Typen in den Rücken fallen. Die töten. Looten. Und auch in die Zone kommen. Easy. Nehmen wir uns das dann los. Wir fahren das. Sechs Typen. Jeder zwei. Ne, das ist jetzt 24, glaube ich, zum Schluss. Das ist die Frage, wie weit die Typen eigentlich fahren. Die haben noch ziemlich nah geschossen, oder? Man, ich hätte ja dem auch nochmal Schüsse gehört, ja. Ja, ich habe gerade nochmal einen Schuss gehört. Hier steht ein Auto. Ja, den habe ich. Den habe ich wieder nicht gehört, den Schuss. Ja, hier stand auch gerade einer am Hang. Das Auto hat er aufgebockt. Ja, ich sehe sie, die sind hinten hinter den... Ich sehe da 2, 3, 3, 370. Gerade beachten die uns nicht. Ja. Schnell den Berg runter kommen. Wenn die uns nicht mehr sehen, dann sind wir vor denen erstmal safe. Dann können wir den auch gut in den Rücken fallen. Müssen wir mal damit rechnen, dass es... Dass da 4 sind. Die schießen aber auch nach links hoch. Die schießen aber auch nach links hoch. Ja. Auf mich wird geschossen. Von Los Leones aber muss das sein, oben. Ne, von rechts. Rechts läuft auch was. Bei den Häusern. Da ist auch was gelaufen. Mal gucken, was wir die Typen jetzt hier bekommen. Ich sehe von denen keinen mehr. Ja, die sind aber hier oben. Ja, die sind ein Stückchen von mir. Der läuft jetzt über die Straße. Aber hier oben. Bei mir hier oben, oder? Ne, ne. Also einer ist bei mir hier hinten, bei der Straße. Die Zone kommt. Wir müssen jetzt auch weiter. Ja. Ja, die Zone ist aber direkt vor uns. Wir müssen jetzt eher gucken, dass wir nicht direkt abgefangen werden, weil wir wurden ja nur schon gesehen. Läuft bei mir hier links den Berg hoch. Äh, ich hab den gesehen. Vorherseite sehe ich grad nichts mehr. Aber rechts von dir aber auch was bei den Gebäuden. Da muss man aufpassen. Hier, wo ich jetzt gerade bin bei den Gebäuden. Die Gebäude ist auch noch zum... Ja, da ist einer gelaufen erst, ja. Da hat er auf mich geschossen. Ich weiß nicht, ob der auf mich geschossen hat, oder was von Los Leones oben. Hinten fährt da noch ein Fahrzeug. Ah, dann sagen wir jetzt hier wieder zwischen Swap Teams, ne. Ich liebe es. Ich weiß sogar, wenn die, äh, denen wir folgen... Ich hab die mal mit der SPS geschossen. Äh, ich sehe noch einen bei mir. Wo? Da schießt den jetzt Daniel, oder du? Ich schieß gerade. Das bin ich. Ich seh den nicht, Daniel. Wart bei mir auf 150. Von euch der, äh, eher östlich. Bei mir ist er auch direkt vor mir. Wird auch von weiter hinten beschossen. Ja, hier ist was. Der schießt so auf Daniel, Lukas, links von dir. Ach so. Nein, auf mich nicht. Ab und down. Ja. Oh, zwei, ne. Muss aber mehr sein. Hätte auf jeden Fall nach hinten gefreut. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Auch nur down. Direkt hinter mir, hinter mir. Oh, oh, ich bin just down. Hinten. Ja, der ist da oben. Ist aber in der Zone. Hinten ist auch noch was in die Zone gekommen. Auch. Südost. Der hat mich auch abgeschossen gerade. Nein, Daniel. Oh. Sorry. Hat er gerade geschmissen? Ab und der ist down. Vorsicht Richtung Südost. Oh, Daniel. Das müsste Südost gewesen sein. Der sitzt da an so einem Bergrand. Der ist aber auch nur down gerade gewesen, der Typ. Aber vielleicht der Südost war ja auch der letzte. Der, der eine ist in der Zone. Der ist heute eigentlich sterben. Der kommt. Der eine ist jetzt hier. Alter, wie viel ist denn noch hinter uns in der Zone? Ich muss mich heilen. Hinter uns kommt jetzt gleich auch was. Da müssen wir aufpassen. Der hat aber noch was geworfen. Der hat noch was geworfen. Ja, hinter. Direkt vor mir ist einer. Oh. Einen habe ich. Der hat aber einen anderen beschossen. Oh, 160 ist noch einer beim Baum. Alter. Hinter uns immer noch. Alter. Ich bin down. Ich weiß nicht von wo. Ja, ich seh's. Ich weiß nicht von wo. Oh, der hat mich. Der hat mich, Daniel. Hinter mir am Baum. Von hinten auch wieder gehittet. Der ist hier noch an dem Baum. Der ist noch an dem Baum. Genau vor mir. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ne, ich bin tot. Ich werde irgendwo noch von der Kabel schossen. Ich habe keine Ahnung von wo der schießt. Ich würde vermuten hinten auf der. Oh, die Zone kommt. Ja, die Zone bewegen. Egal, die Typen waren gerade ewig. Ah, fuck. Ja, du hättest dich erst sein müssen. Alter, wie viel er dann noch aus der Zone gelaufen kam. Was war das denn jetzt gerade, bitte? Eckelt. Neul das war. Ein Kill. Mhm. Junge, 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 ey. Was war das gerade? Oh. Ja, das war echt erst noch die zweite Zone, ne? Oder die dritte. Ja, da waren viele. Warum das nicht mehr? Ne? Aber wie viele? Ich weiß noch nicht mehr. Ja, die hat halt wirklich noch wenig Schatten gemacht, die Zone. Deshalb kam da wirklich so viel noch.